Neuer Shop in ganz genau 9 Sekunden, vergesst aber nicht wie gewohnt davor zu liken und zu abonnieren, danke für euren Support. Ihr wisst es ja, ich habe gestern so ein Video hochgeladen, wo ich euch ein paar Infos zum Update gegeben habe und zum Gratis-Skin, wo ich so die Theorie hatte, dass wir den als Entschädigung bekommen. Das Ganze ist einfach ein paar Stunden dann direkt schon in die Mülltonne gefallen, weil diese mythischen Items wieder im Spiel sind. Ich schätze mal, dass wir den Skin A mit ganz viel Glück den heute bekommen mit dem Update. Das wäre einfach so perfekt. Neues Update heute, Content-Update und Gratis-Skin zum Grinden. Und wir haben heute ein neues Skin-Paket, wo ich sagen muss, 8 Euro für diesen freshen Skin. Also auf dem Bild sah der nice aus und hier sieht er irgendwie noch nicer aus. Ich glaube, das sollen Vampir darstellen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sehr, sehr nicer Skin. Also der Skin ist wirklich fresh. Gut, Backpack fühle ich jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Spitzhacken. Kettensound. Finde ich einigermaßen okay. Das Beste für mich ist der Skin und die 1000 V-Bucks und das Ganze für 8 Euro. Also 1, 2, 3, 4 Items für 8 Euro gibt es nicht oft. Das ist ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Bundle. Falls ihr euch das Ganze kaufen solltet, dann gerne, gerne irgendein CC eingeben. Könnt ihr auch gerne meinen eingeben. Einfach Ferus YT im Shop eingeben. Hauptsache, ihr habt ein CC drin. So, hier unten haben wir nichts Besonderes, nichts Besonderes. Ich hoffe, dass wir heute oben was Seltenes haben. Ey, das ist ein neues Bundle. Ey, 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 das ist ein neues Bundle. Oh, oh, oh. Okay, 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 okay. Okay, okay. Neues Bundle. 1000 V-Bucks für... Oh, da muss ich zuschlagen. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum ich gerade so ausraste. Lest euch einfach mal oben. Ich mache kurz die Facecam weg. Lest euch mal kurz mal diesen Bereich hier durch. 4.200 Rabatt. Ähm. Normalerweise müsste ich Saufi 2, 3, 4, 5000 V-Bucks zahlen. Und hier nur 1000. Das Bundle wird sich sowas von gegönnt. Auch wenn ich die Sachen nicht fühle. Also einige davon nicht. Das fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Spitzhacke. Ist okay. Braucht man aber nicht. Gleiter werde ich auch, glaube ich, nie spielen. Aber so ein Preis... Also das ist wirklich ein verrückter Preis. Gerne, gerne mal kommentieren, was ihr dafür zahlen müsst. Ich werde mir das kaufen. Auf jeden Fall. Normalerweise über 5000 V-Bucks. Oder ich glaube ganz genau 5k. Und jetzt einfach nur 1000. Ähm. Chillig. Cooles neues Bundle. Also wir haben heute ein neues Bundle mit alten Skins. Ein komplett neues Bundle bekommen. Zombie. Die ziert es wieder zurück. Sehr, sehr heftiger Emote. Fortbewegung. Cool. Auch sehr, sehr nice. 10 von 10. Cooler Emote. So. Ansonsten. Darauf... Ey, gestern habe ich dazu einen Kommentar gelesen, dass jemand auf diese Sturmkönigsfaust wartet. Sehr, sehr nice Spitzhacke. Bin auch gerade immer am überlegen, mir die zu holen. Weil ich irgendwie die fühle. Ja, komm, komm. Wenn wir uns schon so gegönnt haben, dann gönnen wir uns heute nochmal. Zack. Einmal mitnehmen. Musik, muss ich sagen. Fühle ich es so wirklich. Ich check mal kurz ab, ob heute was Seltenes am Start ist. Hm. Ja. Ja, nee. Also die ganzen Halloween Sachen, die wieder zurückgekommen sind heute. 358 Tage. Und der Rest vom Shop ist nicht spektakulär. Nicht der Rede wert von der Seltenheit. Dummkönig. Musik. Braucht man nicht unbedingt. Die ist auch schon wieder im Shop. Hat 1000, 1000 Stile gefühlt. Und ja, ist kein schlechter Skin, aber würde ich mir nicht wieder kaufen. Äh, Backpack skippen wir. Spitzhacken finde ich nice. Spitzhacken finde ich wirklich sehr, sehr cool. So, nächster Bereich, oder? Ja, genau, nächster Bereich. Ja, das Bundle auch vor kurzem erst da gewesen. Wir haben hier verschiedene Stile. So. Und einmal ohne Kapuze. Einmal hier der nächste Skin. So, Standard. Ja, Skins sind eigentlich nicht schlecht. Ich finde die weibliche Variante am besten, muss ich sagen. Sehr, sehr fresher Skin. Kondensstreifen finde ich auch nicht schlecht. Cool wäre es, wenn hier die richtige Uhrzeit angezeigt werden würde. Sehr, sehr nice. Aber wird es ja nicht. Lackierung finde ich ultra trash. Skippen wir. 1, 2. 1, 2. 400. 500. Nichts mehr. Letzter Bereich, oder? Für heute. Ja, genau. Letzter Bereich für heute. Äh, Wutstreiterin. Oder? Wutstreiterin. Ja, genau. Ich glaube schon. Cooler Skin. 800 V-Bucks. Kann man mitnehmen. Der hier. Ich dachte, dass der ein bisschen selten ist. Aber der ist gar nicht selten. Der war auch vor kurzem da gewesen. Ähm, ja. Erster Stil. Hm, geht so. Zweiter Stil finde ich schon echt böse. Also der zweite Stil, der gefällt mir deutlich besser. Backpack. Skin bekommt ein zweites Stil. Backpack nicht. Interessant. Spitzsacke 10 von 10. Alleine schon der Sound. 10 von 10. Pumpernickel. Auch ein sehr chilliges Emote. Sehr nice. Ansonsten haben wir hier Fisch. Oh, das ist ein sehr, sehr nice Emote. Also heute habe ich gefühlt 100 Mal nice und cool gesagt. Sehr nice. Das war jetzt mit Absicht. Äh, abfeiern kann man auch mitnehmen für 200 V-Bucks. Ansonsten war es doch hier schon gewesen. Gerne, gerne meinen CC-Fortnite-Shop benutzen. Kuss geht auf jeden Fall raus. Und dann schnaconomemisch. Und dann dann wir 벌 In die beiden niet alle laarnen. Und dann livier zu nichts schlappen. der protein auf jeden Fall Wi-Man hinterlassen. Und dann halt auf jeden Fally das mit welchemin. Vielen Dank.